Mein Name ist Andreas Kriegenburg. Ich inszeniere ein Traumspiel von August Strindberg. In Strindbergs Traumspiel geht es um einen Traum, in dem wir sehen, wie Agnes, die Tochter des Gottes Indra, von ihm zur Erde geschickt wird, um herauszufinden, warum die Menschen so viel klagen, bis sie am Ende des Stückes zu ihm wieder zurückkehrt. Diese Inszenierung bietet ganz sicherlich einen ganz, ganz ungewöhnlichen Bilderreigen. Es ist ein sehr dunkel, poetischer, oft auch ergreifender, aber in seiner Zaubertraumwelt wirklich sehr, sehr ungewöhnlicher Abend. Ich hatte nicht mehr angered, aber in seiner Zaubertraum etwas zufrieden, Ach, es ist ein sehr du pointed, wie sie am Ende des Stückes zufrieden sind. Untertitelung des ZDF, 2020